Hallo liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin Eindixan und das hier ist Let's Show Armor Games auf der Suche nach dem ultimativen Browser Game. Ja und heute habe ich mir hier Hexaturn rausgesucht. Ich war so im Moment ein bisschen in die Puzzlespielschiene, also das letzte war als Puzzlespiel ausgeschildert, auch wenn es nicht unbedingt hinkommt. Und das hier, ich habe mal eben kurz reingeguckt, es ist wirklich ein Puzzlespiel und wir gucken jetzt einfach mal. Tut mir leid, wenn das Video jetzt irgendwie sehr komisch aussieht, aber das, ähm, ja, wie, bäh, klar, das Spiel hat ein seltsames Format. Eher so ein Format von einem Handy, das ihr hochkant haltet. Das heißt, ich kann das nicht wirklich irgendwie vernünftig hier strecken für einen PC, das ist auch der Grund, warum ich reingeguckt habe. Ich schneide dann halt das Unnötige ab, oben und unten und wir konzentrieren uns auf das, was relevant ist. Und fangen bei Level 1.1 an. So, Ziel des Spiels ist es zu verhindern, dass dieses Dreieck hier zu diesem Quadrat kommt. Und dazu muss ich einfach den Weg blockieren. Ich klicke hier hin und dann muss das Ding einen anderen Weg nehmen. Dann klicke ich hier hin und es muss wieder einen anderen Weg nehmen. Dann klicke ich hier hin und Level ist vorbei. Schön. Und das ist im Prinzip auch schon das ganze Spielprinzip, ist ein Puzzlespiel. Und ihr seht, es wird schwieriger. Ja, es gibt zwei mögliche Wege und das Dreieck wird den kürzesten Weg nehmen, was auch immer der kürzeste Weg ist. So, das heißt, es muss jetzt nach unten. Und natürlich versucht es hier weiter zu gehen. So, und dann mache ich halt alle anderen Wege auch dicht und dann haben wir gewonnen. Yay. Okay, für die ersten zwei Level, das war keine Kunst. Soweit war ich. Das Level habe ich noch nicht ausprobiert. Ich nehme an, dass es jetzt anspruchsvoller wird. Okay, so weit, so gut. Da kommst du schon mal nirgends hin. Da kommst du auch nicht hin und da kommst du auch nicht hin. Boah, bin ich so gut. Ja, mal gucken, wie lange es gut geht. Ich habe nämlich überhaupt keine Übungen in solchen Spielen, obwohl es ja eigentlich was total Logisches ist oder so. Aber, ja, mangelnde Übungen. Gut, das hier ist leicht gewonnen. Okay, das war jetzt Kindergarten. Mal gucken. Mal gucken, wie lange es gut geht. Also auch das hier dürfte wieder nicht das ultimative Browser-Game sein. Aber ich denke, wer auf solche Puzzlespiele steht, der dürfte hiermit schon ein bisschen Spaß haben. So, jetzt habe ich dich erstmal da hochgezwungen. Jetzt kannst du schon mal da nichts mehr machen. Und jetzt hast du verloren. Ja, es ist simpel gehalten, aber echt eine gute Idee, wenn man so drüber nachdenkt. Weil, wie kann ich das machen? Ah, ich kann Double-Turn benutzen. Oh, scheiße, dann kann ich das Ding auch nicht richtig schneiden. Dann seht ihr das nicht, sonst gar nicht. Weil, wenn ich jetzt irgendwie hier einen Block setze, dann würde das Ding natürlich hier hingehen. Dann hätte ich schon verloren. Also, da draufklicken, dann darf ich einen doppelten Zug machen. So. Und dann ist es aber auch einfach zu gewinnen. Hm, komisch. Komische Logik. So, auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, einen Double-Turn zu machen. Und, if you're stuck, you can use extra power up to us. Das wäre geil, wenn du mir das jetzt mal gesagt hättest. Also, wenn du den Tipp nicht hättest verschwinden lassen. Weil ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt anklicke. Extra power up für was? Na ja, gut. So, und wenn ich jetzt einen Double-Turn mache, dann habe ich eigentlich schon so gut wie gewonnen, oder? Also, ich bin schon ein Double-Turn gewesen. Dann habe ich jetzt verloren, würde ich mal so sagen. Ja, also nochmal zurück. Achso. Ja, wenn ich wüsste, wofür dieses Power-Up ist, es war zu schnell ausgeblendet. Ich könnte ja eigentlich so machen, und dann so, und dann reicht es immer noch nicht. Egal, wie ich es mache. Jetzt habe ich sogar drei Möglichkeiten, wie ich es mir verbaut habe. Scheiße. Was wäre eine intelligente Lösung? Vielleicht so? Geht er hier hin? Geht er da hin? Dann habe ich immer noch verloren. Okay, ich sehe gerade nicht... Wenn ich wüsste, wofür das Power-Up ist. Was bewirkt das Power-Up? Leute, das wäre echt einfacher dann. Okay, ich weiß immer noch nicht, was das Power-Up bewirkt hat, aber irgendwie hatte ich dann scheinbar noch einen Zug mehr zur Verfügung. Meinetwegen. Okay, Schwierigkeitsgrad steigt und steigt und steigt. Egal in welche Richtung, nur zwei Bewegungen und das Ding wäre da. Also, wie schneide ich es am cleversten ab? Wenn ich hier und hier was mache, dann kann es schon mal nicht da hoch oder so. Also, nicht so einfach, aber... Ja. So, und jetzt muss ich hier... Und dann habe ich aber trotzdem verloren, war also nicht die Lösung. Okay, wie kriege ich dich eingesperrt? Und wieso habe ich jetzt kein Double-Tap mehr? Achso, habe ich... Okay. Was bewirkt dieses Power-Up? Man weiß es nicht. Wie halte ich dich sinnvoll auf? Es gibt zu viele Möglichkeiten, wohin sich das Ding bewegen kann. Das ist ja das Problem. Egal, wo ich jetzt was zumache, dann geht es halt einfach in eine andere Richtung. Wenn ich jetzt hier zwei hinsetze, dann geht es halt in die Richtung oder in die Richtung oder in die Richtung. Und dieses, ich setze irgendwo dazwischen, funktioniert ja auch nicht. Ich setze jetzt einfach mal so und gucke, was passiert. Okay. Wenn ich jetzt so setze, dann geht es da hoch und dann hat es automatisch gewonnen. Wenn ich so setze, gleiches Spiel. Ist schon vorbei, ne? Ich kann schon nicht mehr gewinnen. Ich muss die beiden hier dicht machen, aber dann, ja, bin ich halt so in der Sackgasse. Oh Leute, ich sehe jetzt gerade echt keine Lösung hierfür. Wenn ich immer so einen Doppelzug machen könnte, dann wäre es kein Problem. Okay, für einen Moment hat das funktioniert. Ich weiß nicht, was ich gerade richtig gemacht habe, aber es ist richtig genug, um das Teil aufzuhalten. Und jetzt dürfte ich es eigentlich auch schaffen, weil jetzt kann das Ding mich mal... Ich lasse es mal ruhig da hochgehen, ich habe ja noch viel Zeit. Und dann kann ich unten schon mal ein bisschen ausbauen in der Zwischenzeit. Ach scheiße, da war noch einer auf, verdammt. Den habe ich gar nicht beachtet. Okay. Ja, wer dumm ist, ist halt dumm. Kann man nicht ändern. Ich habe echt nicht darauf geachtet, dass der hier oben noch frei war. Ansonsten hätte er nämlich einfach hier in eine Sackgasse laufen können, aber, ja, okay. Das habe ich nicht verdient. Also, dass ich das Level gerade geschafft habe, war wenig verdient. Aber nehmen wir einfach mal so hin. Gucken wir mal, ob wir noch eins schaffen. Und ich weiß immer noch nicht, was der Unterschied ist zwischen den Power-Ups. Und ich weiß auch nicht, was ich hier mache, um nach Möglichkeit das Ding aufzuhalten. Machen wir mal so. Und dann hat es mich da unten. Genau. Und dann schaffe ich es schon nicht mehr. Ist schon vorbei. Ja, ist schon vorbei. Aber die Entfernung ist doch überall genau die gleiche. Das ist doch egal, wo ich was hinsetze, oder? Es sei denn, ich mache so und so. Dann muss er dort hoch. Okay. Dann mache ich die beiden dicht. Und dann kann er nur dort lang. Wenn er hier hinkommt, ist es vorbei. Also muss ich jetzt wieder zwei Züge benutzen. Gut. Dann machen wir hier dicht. Und hier dicht. Und hier dicht. Und hier dicht. Und damit ist es geschafft. Okay. Ey, das ist echt ein interessantes Puzzlespiel. Ich verstehe die Power-Ups zwar immer noch nicht, aber es ist spannend auf seine Art. Okay. Wie blocke ich dich am sinnvollsten? Wenn ich die beiden hier dicht mache, kannst du erst, also wirst du erst mal in die Richtung gehen. Dann sind allerdings dummerweise zwei Dinger zur Auswahl, wo du dich hin entwickeln könntest. Aber du musst dich für eins entscheiden, das näher ist. Probieren wir es einfach mal aus. Statt schon lange drüber nachzudenken, probieren wir einfach mal. Ist doch ein guter Plan. Gut. Wollen wir so und so. Und du gehst trotzdem da hoch? Ich habe jetzt gedacht, du gehst da runter, aber okay. Bringt der aber nichts. Okay, das ist eindeutig gewonnen. Was auch immer ich richtig gemacht habe, das Level war easy. Intuition ist alles. Okay, hier haben wir schon mal ein blockiertes Feld. Das macht es uns schon mal leichter. Wenn ich hier was setze, bewegt es sich wahrscheinlich in die Richtung. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, wo man hinkann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin überfordert. So ein simples Spiel und es ist wirklich so gut. Das war es, ne? Obwohl, wenn ich es so mache, war es das noch nicht. Und dann mache ich nochmal hier einen extra Move. Dann muss ich hier und hier dicht machen. Und dann habe ich gewonnen. Wow, nichts an. Der Lacker lackt sich hier durch das ganze Spiel. Unfassbar. Okay, es wäre naheliegend, wenn ich ihn erst mal einen Schritt nach oben machen lasse. Also clear ich erst mal die Seitenflächen. Scheiße, jetzt habe ich das Falsche gemacht. Ich will das hier erst. Gut. Also erst mal die Seiten dicht machen. Und erst mal nach oben laufen lassen. Macht er aber nicht. Er läuft gar nicht erst nach oben. Und jetzt hat er mich ausgetrickst. Und ich habe keine Züge mehr. Ich habe aber auch irgendwas am Anfang falsch gemacht. Wir machen das gerade nochmal. Weil ich hatte irgendwie einen Doppelzug zu wenig. Gut, machen wir so. Müsste ich jetzt nicht nochmal einen Doppelzug kriegen hier? Nö, kriege ich nicht. Da steht normalerweise eine 2, glaube ich. Und deshalb funktioniert das diesmal nicht. Also muss ich mir was Neues überlegen. Irgendwas Clevereres. Okay, dann schneiden wir dir einfach mal den Weg nach oben ab. Dann bewegst du dich zur Seite. Dann machen wir hier dicht. Dann machen wir hier dicht. Und dann habe ich verloren. Schade, bis dahin war es gut. Ja, dumm gelaufen. Okay, neuer Plan. Ich mache dir erstmal den Weg nach oben dicht. Gucke, wo du hingehst. Und mache hier dicht. Und dann mache ich die beiden dicht. Und dann habe ich genug Zeit, um hier hinten dicht zu machen. Und dann habe ich gewonnen. So. Feierabend. Ja, nicht lange drüber nachdenken. Einfach ein bisschen rumklicken und man wird schon auf irgendeine Lösung kommen. Ich muss sagen, für so ein Puzzle-Spiel für zwischendurch, wenn ihr beim Zahnarzt sitzt oder was weiß ich was, ist das schon eine coole Sache. Warte, mach mal hier zu. So, dann gehst du da runter. Dann mache ich dir mal hier beide Seiten dicht. Dann mache ich dir noch hier dicht. Und noch hier. Und dann brauche ich nicht mal meinen Doppelzug, den ich noch übrig hätte zu benutzen. So einfach ist das. Nichts an das ultimative Genie, dass hier die KI völlig überfordert. So bin ich halt mal. Gut. Gucken wir mal, ob das nochmal klappt. So ein lacker Move quasi. Wenn ich hierhin mache, gehst du hierhin. Das stört mich aber nicht wirklich. Ja, dann mache ich mal einen Doppelzug und dann ist das Spiel vorbei. Zack. Achso, da oben ist noch offen. Ja, aber du kommst da trotzdem nicht durch. Du kommst hier nicht rein. Okay, wie lange wollen wir das jetzt noch weitermachen? Ich finde das Spiel auf jeden Fall gut, hat Potenzial. Double Mover Triangle. Ah, das darf zwei Felder pro Zug laufen, oder wie? Dann sollte ich hier oben dicht machen. Ich habe nämlich nur einen Zug. Also das hat jetzt zwei Pfeile, das Dreieck, und das heißt, es darf immer zwei Felder laufen. Und das heißt, das hier, was ich gerade gemacht habe, war die einzige Möglichkeit, wie ich es verhindern kann, dass es überhaupt in die Mitte kommt. Und jetzt können die Dinger das immer. Also das Spiel erhöht den Schwierigkeitsgrad sogar noch weiter, nicht durch zusätzliche Ausgänge, sondern durch schneller bewegende Gegner. Jetzt habe ich einen Doppelzug zur Verfügung. Und den muss ich auch direkt einsetzen, weil, wenn ich das nicht mache, läuft es entweder hierhin oder hierhin. Das heißt, ich habe keine andere Wahl, als das als ersten Zug zu machen. Das ist sicher. Okay, und jetzt ist der Rest einfach. Wenn ich hier zumache, läuft das Ding hierhin oder hierhin. Und dann ist klar, was ich als nächstes mache. Coole Sache. Ist ein ganz nettes Spiel. So, hier haben wir auch wieder jede Menge Züge zur Verfügung. Und ich glaube, wir sollten direkt damit anfangen, irgendwo was dicht zu machen. Wenn ich hier so mache, dann wirst du es nie da hoch schaffen. Deshalb gehst du gleich runter. Und dann habe ich verschissen, weil dann hast du gewonnen. Tada. Ja, war also eine saudumme Idee. Bringt mir nichts. Und wenn ich so mache, bewegst du dich nach oben. Ist okay, dann kann ich aber oben beide Seiten dicht machen. Und dann kann ich hier unten mir alle Zeit der Welt lassen. Okay, hab's begriffen. Bis 1, 2 machen wir noch. Also 1, Punkt 2, Punkt 0 oder so. Und dann ist Schluss. Wenn ich so weit komme, das wissen wir nicht. Oh, diesmal habe ich sogar drei Doppelzüge zur Verfügung. Das ist ja mal Wahnsinn. Für runter brauchst du 1, 2, 3. Genauso in die andere Richtung. Und für hoch brauchst du auch 3. Ja, dann habe ich ein Problem. Das ist schwierig. Das hätte ich an deiner Stelle auch gemacht, Kollege. Wie halte ich dich jetzt noch auf? Gar nicht, ne? Keine Chance. War also nicht die Lösung des Problems. Vielleicht erst mal unten dicht machen, dann gucken, dass er hoch geht. Mit ein bisschen Glück. Bringt mir aber auch nichts, ne? Weil ich kann hier unmöglich hier schnell genug zumachen. Boah, was ist der Trick hierbei? Jetzt wird es heftig. Ich könnte dich natürlich an die Seiten zwingen, aber das bringt auch nichts, oder? Ne, das bringt überhaupt nichts. Boah. Leute, jetzt gibt es mir das Spiel aber richtig. Wie halte ich dich am sinnvollsten auf? Ich mache mal so. Dann gehst du hoch. Bringt mir aber nichts. Was bedeutet dieses Plus? Was kann ich mit dem Plus mehr machen? Sobald sich das Ding in irgendeine Richtung bewegt, habe ich es schon verloren. Ich würde echt gerne wissen, was die Funktion von diesem Plus-Ding sie ist. Nur dummerweise wird der Tipp ja direkt ausgeblendet. Hm. Hm, hm. Sobald sich das Ding einmal bewegen darf, ist es schon vorbei. Es wird immer einen kurzen Weg sich suchen. Ich müsste es dazu bringen, einen kurzen Weg zu nehmen, der umständlich ist, was nicht möglich ist. Dazu habe ich zu wenig Züge. Also wenn ich es dazu bewegen könnte, dass es sich erstmal irgendwo über die Seite bewegen muss oder so, dann hätte ich mehr Zeit. Aber so. Ja, und wenn ich jetzt hier erstmal dicht mache, dann gehst du auf jeden Fall nach unten. So viel habe ich begriffen. Dann ist aber die Frage, wo setze ich meine Dinger hin, um dich genug einzuschränken? Okay, das hat geklappt. Zu meiner Überraschung. Und jetzt muss ich nur noch oben dicht machen und dann ist es das gewesen. Okay. Boah. Wow, 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 wow. Jetzt macht es mir aber echt schwer. Und diesmal habe ich nur zwei Bonus-Züge. Wo fange ich denn an? Es wird nicht über die Seite versuchen reinzugehen. Also sollte ich erstmal die Mitte irgendwie dicht machen. Zwei Felder wäre bis hier. Oder bis hier. Ich habe also ein bisschen Zeit. ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Egal, was ich mache, es ist schon vorbei. Also das war nicht die Lösung. Okay, angenommen, ich mache dich von vornherein dicht. Also das ist auch vorbei. Was, wenn ich es so mache? Und wenn ich stattdessen den hier und den hier dicht gemacht hätte, gleiches Ergebnis. Okay, Nixan, denk mal ein bisschen. Ich könnte dich hier unten natürlich blockieren. Ob das was bringt? Sollen wir es mal ausprobieren? Oh, so. Dann gehst du auf jeden Fall links rum. Das haben wir jetzt begriffen. Dann mache ich so. Und dann habe ich keine Bonus-Züge mehr und habe verloren. Hätte ich jetzt noch einen Bonus-Zug, könnte ich hier beide dicht machen gleichzeitig und dann wäre es okay. Aber so nicht. Ich dachte, ich hätte mehr. Ich mache mal einen normalen Zug und gucke, was passiert. Du bist nach links gegangen, also muss ich hier dicht machen. Und jetzt habe ich verloren. Ich begreife es nicht. Hm. Wenn ich irgendwo mit dich was dicht machen würde, gehst du hoffentlich nach links. Genau. Dann mache ich hier zu und dann ist es vorbei. Es ist schon vorbei. Also er kann hier hin, hier hin und hier hin. Und ich kann maximal zwei Felder dicht machen. Also ich glaube, irgendwie Level 1, 1, 2 erreichen wir nicht mehr. Also wenn euch das Spiel reizt, ich kann es nachvollziehen, weil mich reizt es auch gerade sehr. Ihr wisst jetzt Bescheid. Hexaturn heißt das Ganze. Ihr könnt es auf Armor Games spielen. Und ich denke, ich gebe an der Stelle auf. Es wird jetzt wahrscheinlich zu lange dauern, das noch weiter rumzuprobieren. Und ja, was soll's. Also das war Let's Show Armor Games heute mit Hexaturn. Ich war euer Nixner und ich sage euch Tschau, macht's gut und bis zum nächsten Mal.